Perfekte Bilder, die genau im richtigen Moment geschossen wurden. Dieser Hund wollte noch unbedingt aufs Gruppenfoto drauf. Aus irgendeinem Grund sieht der Typ aus wie der Endboss in einem Spiel. Kann mir jemand sagen, wie dieses Tier heißt? Wie viel Glück muss man haben, dass die Berge wirklich aufeinander passen? Dürfen seit neuestem auch Hunde Autofahren oder was ist das? Warum kann diese Katze an der Wand gehen? Und warum ist diese Katze so lang? Irgendwie sieht sie unglücklich aus, ich weiß nicht wieso. Warte, Jesus, bist du es? Oh, da muss ich sagen, das wird gleich noch ein bisschen wehtun. Ich hoffe für das Mädchen, dass das keine Bowlingkugel ist. Der Junge hat schon alles erreicht, was man erreichen muss. Ist das die Giga-Jet-Katze? Mmmh.